Und wie gesagt, wenn sie von denen ein Autogramm oder ein kleines Bläuchchen alles durchführen, das ist überhaupt kein Problem, gehen sie nun zu Unter die Braue, die da vorliegen. Und jetzt bleiben und gehen das zum einen dortigen Zettelungsbereich Unter die Braue aufgebaut. Ich darf nur noch einige Hinweise geben, was Schotten sonst noch so zu bieten hat. Es lautet ja hier Schotten hat. Und zum Beispiel haben wir nächste Woche, Wir bleiben am kommenden Freitag um 20 Uhr in der Altstadt, an der dortigen Gaststätte befindlich, am kommenden Samstag dann um 13 Uhr der traditionelle Schnauseelauf, wenn wir dort mal schauen und gucken möchten. Wenn sie noch länger ein Urlaub sind, dann kommen wir da.